Sind dann dazu übergegangen, dass die Kinder ab der ersten Klasse pro Klasse einen Euro die Woche bekommen. Und ich weiß auch nicht, ob man in der Schule bei jedem Thema, sei es Ernährung, Sport oder so, immer sagen muss, das muss jetzt die Schule lösen. Also irgendwie sind wir Eltern ja auch für das Gelingen unserer Kinder verantwortlich. Aber selbst wenn man nicht das ganze Kindergeld investieren kann, dann zumindest einen bestimmten Betrag. Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanze-Wodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Maria Weber. Ich bin Redakteurin und Host dieses Wodcasts und wir bringen Finanzen für dich auf den Punkt. Ja, wie können Eltern ihre Kinder finanziell fit machen? Darüber spreche ich heute mit Christiane von Hardenberg. Schön, dass du da bist. Du bist selbst Mutter von vier Söhnen. Du bist promovierte Volkswirtin, Finanzkolumnistin und auch Buchautorin und beschäftigst dich schon total lange mit dem Thema. Du bist sogar schon seit du 14 bist investiert. Und da wäre natürlich auch direkt meine Frage an dich. Ja, wie hast du das gemacht, mit 14 schon selbst investiert zu sein? Es hat natürlich sehr viel mit Erziehung zu tun. Und bei uns zu Hause gab es halt immer diesen Spruch, das Geld muss für uns arbeiten. Und alle sind in der Familie nervös geworden, wenn auf dem Girokonto mehr war, als was man so vielleicht die nächsten drei Monate tatsächlich brauchte. Das wurde dann auf immer, damals gab es ja noch sehr hohe Zinsen. Also jetzt gibt es ja auch wieder ein bisschen Zinsen, aber damals noch deutlich höhere Zinsen. Wurde das auf irgendwelchen Tagesgeld- oder Festgeldkonten geparkt oder dann halt auch in Aktien investiert. Und als ich mit 14 konfirmiert wurde, bin ich dann zur Bank gegangen. Das war ja alles noch sehr analog damals und habe Bundesschatzbriefe gekauft. Die gibt es heute nicht mehr. Das ist so eine Art Bundesanleihe, wo du jedes Jahr einen bestimmten Zinssatz bekommst. Ich meine, es waren sieben Prozent damals. Und das hast du über sechs Jahre bekommen. Und dann hast du es noch ein Jahr ruhen lassen. Und nach sieben Jahren hat man es dann ausgezahlt bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich am Jahresende auf meinem Bett saß mit meinem Sparbuch und dann wurden da die Zinsen eingetragen. Und ich fand es total faszinierend, dass ich im ersten Jahr auf 1.000,70 Euro Mark Zinsen bekommen habe. Und im nächsten Jahr hatte ich ja auf 1.000,70 Euro wieder Zinsen bekommen. Also nicht 70 Euro, sondern 70 Euro und ein bisschen. Also den Zinseszinseffekt. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig faszinierend. Ja, total spannend, auch vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Das wirkt ja manchmal so ein bisschen plakativ. Aber wenn man es dann ganz genau vor Augen sieht, das ist ja wirklich wie ein Erfolgserlebnis. Ja, und da war das gute alte Sparbuch vielleicht gar nicht so schlecht, weil man ja wirklich hingehen musste. Dann wurde das in so eine Maschine reingeschoben. Dann kam das wieder raus und dann hat man gesehen, wie viel mehr es war. Und das war für mich, ich fand das irgendwie ein wahnsinnig schönes Erlebnis, dass ich Geld verdient habe, ohne was dafür zu tun. Das ist eigentlich die beste Art, Geld zu verdienen, wenn man das so hört. Ja, was sagst du denn so ein bisschen auch zu der These, dass sich die Kinder auch so ein bisschen an Konsum- und Sparangewohnheiten der Eltern orientieren? Würdest du das bestätigen oder was denkst du? Also ich denke, es ist auf jeden Fall das, was man ihnen zu Hause vorlebt, dass es sehr prägend ist. Gleichwohl, ich habe ja vier Söhne und habe auch schon festgestellt, dass die alle ganz unterschiedlich geraten sind, obwohl sie ja eigentlich dieselben Genpool haben und dass man tatsächlich auch die Stärken, die sie haben, bestärken muss. Und dass es gar nicht so einfach ist, sie zu was komplett anderen zu bewegen. Also lustigerweise, mein erster Sohn ist ganz gut darin, Geld zu verdienen, aber er gibt es auch ganz gut aus. Während mein zweiter Sohn sehr sparsam ist, aber wahnsinnig risikofreudig. Also der investiert auch schon in Aktien, also mit meiner Hilfe und die haben beide dieselbe Erziehung bekommen und gehen unterschiedlich damit um. Aber es ist wahnsinnig wichtig, was sie zu Hause mitbekommen. Du sagst ja, die haben alle die gleiche Erziehung bekommen oder dieselbe Erziehung bekommen, auch im Bereich Finanzen. Wie bist du denn da vorgegangen? Bist du wirklich nach einem konkreten Fahrplan an die Finanzerziehung deiner Kinder rangegangen oder ist das eher so spontan gekommen? Nee, ich habe schon ein Konzept im Hinterkopf. Allerdings ist es mit vier Kindern natürlich und Beruf natürlich auch immer viel los. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben das dann auch immer eins zu eins so umgesetzt. Also neulich habe ich auch einen Sonntag damit verbracht, mit den Kindern irgendwie die Konten wieder auszugleichen, weil ich was vergessen hatte zu überweisen oder so. Das passiert mir schon auch, weil es sind halt eben vier Kinder. Aber ich habe schon so eine grobe Idee, worum es mir geht. Also es fängt ja damit an, dass die Kinder erst mal Taschengeld bekommen. Und da haben wir uns auch so ein bisschen herangetastet an das Thema. Ich hatte mich zunächst an dieser Taschengeldtabelle des Jugendamts orientiert und dann beim zweiten Kind festgestellt, dass das viel zu viel ist. Und sind dann dazu übergegangen, dass die Kinder ab der ersten Klasse pro Klasse ein Euro die Woche bekommen. Also in der ersten Klasse ein Euro, in der zweiten pro Woche und so weiter bis circa zur neunten oder zehnten Klasse. Und dann bekommen sie, ab da bekommen sie ein Budget. Das ist jetzt bei unseren beiden älteren Söhnen 180 Euro. Und mit diesen 180 Euro müssen sie dann aber auch wirklich alles zahlen. Also weil sie für die Schule was brauchen, wenn sie neue Anziehsachen haben. Und dann versuche ich ihnen ja auch über die Zeit unterschiedliche Dinge beizubringen. Also bei meinem Zweitklässler, da geht es jetzt erstmal überhaupt so ein bisschen darum, so ein Gefühl für Geld zu haben. Und das ist ja auch irgendwie ganz süß für ihn, so eine Art Selbstbestimmtheit zu haben, sich mit seinem Geld was kaufen zu können. Bei meinem Zweitklässler ist es jetzt schon so, dass er fünf Euro im Monat, er hat es jetzt sogar erhöht, fällt mir gerade ein, zehn Euro von seinen 28 Euro, die er bekommt, in einen ETF-Sparplan investiert. Das macht er jetzt so seit, ich würde denken, anderthalb, zwei Jahren. Und anfangs hat er gesagt, aber weißt du, Mami, das ist doch total blöd. Fünf Euro sind so viel, aber wenn ich mal Geld verdiene, dann ist das überhaupt nicht viel, was ich da zusammengespart habe. Dann hat er aber nach einem Jahr gesehen, wie viel daraus geworden ist. Dann war er doch ganz stolz und hat dann den Betrag jetzt gerade letzte Woche erhöht. Und bei meinen beiden älteren Söhnen geht es natürlich schon auch so ein bisschen darum, ihnen so dieses Budgetieren beizubringen. Auch die sparen gewissen Betrag. Also ich glaube, bei denen sind es bei einem so um die 30 Prozent und bei dem anderen sogar, der spart sogar die Hälfte von diesen 180 Euro, verdient aber auch viel dazu. Also dass sie so lernen, auch in Budgettöpfen zu denken. Dass man was zum Investieren hat, dass man was zum Konsumieren hat, was auch Spaß machen soll. Also Konsum soll ja auch in Maßen Spaß machen und aber auch zu unterscheiden zwischen notwendigen und flexiblen Kosten. Und ja, und das ist für mich auch immer eine große Lernerfahrung. Das glaube ich, finde es total spannend, wie unterschiedlich ja auch Kinder mit dem Thema Geld und Sparen umgehen. Ja, und vor allem, entschuldige, dass ich dich unterbreche, was mir ganz wichtig ist, dass sie früh investieren zu lernen. Ich habe mich jetzt tatsächlich, da bin ich noch nicht so weit, mit meinem Mann gefragt, ob man ihnen nicht einen bestimmten Betrag in die Hand drückt und sagt, so jetzt investiert ihr das. Ihr bekommt es aber erst, wenn ihr 30 seid. Und also es ist nicht zum Ausgeben gedacht, sondern wenn ihr daraus was erwirtschaften könnt, dann ist es eures, aber auch erst, wenn ihr 30 seid. Und ja, darüber diskutieren wir gerade, wie man das gestalten kann. Weil man muss bei diesen ganzen Dingen auch immer wahnsinnig aufpassen, dass es nicht nach hinten losgeht. Das glaube ich total. Ja, und an der Stelle würde uns total interessieren, wie ist es bei euch? Sprecht ihr mit euren Kindern aktiv über das Thema Geld und Finanzen oder auch rund um das Thema Sparen? Dann schreibt es uns doch gerne auch mal in die Kommentare. Ja, du hast jetzt schon einiges erzählt, wie du es mit deinen Kindern machst, die Kommunikation über Geld und auch das Sparen an sich. Was würdest du denn sagen, wie bringe ich meine Kinder denn allgemein auch dazu, verantwortungsvoll zu sparen und vielleicht auch Spaß an dem Thema Finanzen zu haben? Es ist ja oft jetzt so, dass Kinder, aber wir alle natürlich auch durch Social Media geprägt sind. Dort wird natürlich oft auch ein Bild suggeriert. Man kann alles haben von teuren Autos, teuren Taschen. Alles ist gefühlt möglich. Man muss es vielleicht nur irgendwie clever anlegen. Da lauern natürlich auch viele Gefahren, aber auch Gefahren wie Themen wie Buy now, pay later, jetzt kaufen, später, bezahlen. Also gerade Kinder sind natürlich auch durch soziale Medien sehr vielen Einflüssen auch in dem Bereich ausgesetzt. Und da einfach der Punkt, ja, wie bringe ich meine Kinder da zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Geld? Also erstmal muss ich sagen, dass Kinder an sich ein großes Interesse an dem Thema haben. Also ich habe eigentlich noch kein Kind erlebt, dem Geld so völlig egal ist, gerade wenn sie kleiner sind. Es hat so eine gewisse Faszination, übt das aus. Und den verantwortungsvollen Umgang mit Geld, ich glaube, das kann man vor allem dadurch erreichen, dass man sie viel in die Entscheidungen einbezieht, dass man, also zum Beispiel, wenn wir verreisen, diskutieren wir das gemeinsam. Wo wollen wir hinfahren? Was kostet das? Wollen wir lieber, jetzt ganz plakativ gesagt, lieber campen gehen und dafür zweimal verreisen? Oder in ein tolles Hotel und dafür nur eine Woche verreisen, dass sie auch so Größenordnungen bekommen? Dass sie halt auch, sie sehen ja auch, dass wir beide arbeiten, dass man, dass das Geld ja auch von irgendwo her kommen muss, dass man sie in diesen Entscheidungsprozesse mit einbezieht und ihnen da auch eine gewisse Mitspracherecht und Verantwortung überträgt. Oder Mitsprache, weil dann erst identifizieren sie sich ja damit. Wenn wir immer alles über ihre Köpfe hinweg entscheiden, dann fühlen sie sich ja nicht ernst genommen. Also natürlich würde ich sagen, mein Mann und ich haben ein bisschen mehr Mitspracherecht als die Kinder, aber im Großen und Ganzen dürfen sie schon auch mitreden. Das heißt, du bist ja auch ganz aktiv da mit deinen Kindern im Gespräch. Ich finde jetzt auch interessant, der Aspekt, siehst du es auch so als Aufgabe der Eltern allgemein an, das Thema Finanzen mit den eigenen Kindern zu besprechen, das Thema den Kindern näher zu bringen? Oder siehst du auch zum Beispiel Institutionen wie die Schule als wichtige Quelle für das Thema? Also ich denke, die Verantwortung liegt in erster Linie bei den Eltern, weil so wie unser Bildungssystem jetzt aufgestellt ist, kommt da einfach nichts in der Schule. Und ich weiß auch nicht, ob man in der Schule bei jedem Thema, sei es Ernährung, Sport oder so, immer sagen muss, das muss jetzt die Schule lösen. Also irgendwie sind wir Eltern ja auch für das Gelingen unserer Kinder verantwortlich. Gleichwohl muss ich sagen, dass dieses Wissen leider sehr ungerecht in Deutschland verteilt ist. Wenn man es nicht im Elternhaus mitbekommen hat, dann hat man wenig Chancen bisher gehabt, sich dieses Wissen anzueignen. Das ändert sich ja Gott sei Dank jetzt eben durch so einen Podcast wie wir oder Wodcast, wie wir ihn jetzt machen. Es gibt Bücher, so wie meine. Es gibt, das Wissen ist viel zugänglicher. Ich habe jetzt auch eine Academy gestartet, wo ich dieses Wissen für Frauen vermittle, wie ich eine lebenslange Finanzplanung machen kann, wie ich das umsetzen kann. Also es ist schon deutlich einfacher, an dieses Wissen zu gelangen. Aber es findet tatsächlich noch sehr viel im Elternhaus statt. Und da haben wir Eltern eine Verantwortung, weil das macht aufs Leben gesehen einen großen Unterschied. Ob du eben früh anfängst zu investieren oder nicht. Ob du eben den Unterschied zwischen guten und schlechten Schulden kennst und vieles mehr. Total. Da muss man natürlich erstmal für sich auch als Elternteil klar machen, was sind gute und schlechte Schulden? Was bedeutet Finanzplanung eigentlich für mich selbst? Das ist natürlich auch ein total wichtiger Aspekt bei dem Thema. Ja, Christiane, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten für Kinder auch Geld anzulegen. Da muss man sich natürlich selbst auch irgendwo vielleicht ein Budget schaffen oder klar machen, wie viel Geld man im Monat dafür aufbringen kann. Wo kann man denn noch vielleicht Geldquellen finden? Oder wie viel Geld, würdest du sagen, sollte man investieren im Monat für ein Kind oder für eine Geldanlage fürs Kind? Also ich finde, eine ganz gute Quelle ist das Kindergeld. Nun ist es nicht so, dass jeder das gesamte Kindergeld investieren kann. Aber es gibt sicherlich auch Familien, die gut verdienen und wo das Geld sonst einfach in Konsum fließt, wo ich mir denke, ja, das Leben kann auch anders kommen. Und wenn die 18 sind und ihr anfangen müsst, das Studium zu finanzieren, dann ist vielleicht doch ganz gut, wenn ihr diese 200 Euro, die es ja grob sind, von Anfang an, von Geburt an in einen MSCI World investiert habt. Und da kommt dann nach 18 Jahren ganz schön viel zusammen. Aber selbst wenn man nicht das ganze Kindergeld investieren kann, dann zumindest einen bestimmten Betrag. Und wenn es 10 Prozent oder vielleicht 30 Prozent sind, dass man die von Anfang an investiert. Weil das ist ja Geld, das ich vor der Geburt nicht hatte. Und einen gewissen Teil muss man einfach der Kinder zuliebe auch zur Seite legen und investieren. Daran anknüpfen vielleicht noch ganz kurz, welche verschiedenen Ziele im Leben eines Kindes gibt es denn? Du hast jetzt eben auch ein paar angesprochen. Thema Führerschein, Studium. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus, was sind so wirkliche Steps im Leben, wofür man wirklich auch Geld braucht oder ansparen sollte als Elternteil? Also ich glaube, die großen Posten sind tatsächlich dann die ersten Auslandsaufenthalte. Und das kommt meistens so mit 15, 16, dass die Kinder dann doch gerne mal ins Ausland möchten. Es muss nicht immer gleich für ein Jahr sein. Es können auch mal ein paar Monate sein. Dann natürlich Führerschein und dann natürlich das Studium. Das sind so die größten Posten, die mir im Moment einfallen. Vielleicht auch noch, gibt es da eine Zeit davor, wo du sagst, irgendwie nach der Schwangerschaft oder wenn das Kind größer wird, Schulanfang, kommen da größere Posten auf Elternteile zu? Ja, tatsächlich fand ich nach der Geburt der ersten und bei uns ersten beiden Kinder, weil die nur 16 Monate auseinander sind. Und das ist, glaube ich, dann auch so eine Falle, weil da mit einmal die Kosten exponentiell steigen. Also man braucht einen Kinderwagen, man braucht ein Kinderbett, man braucht bald eine größere Wohnung, man braucht ein größeres Auto und mit einmal sind unsere Kosten explodiert. Und in dem Moment haben wir da auch nicht daran gedacht, dass man das Kindergeld jetzt besser investiert. Wäre vielleicht im vollen Umfang da auch gar nicht möglich gewesen. Also deswegen habe ich mir fest vorgenommen, meinen Söhnen, wenn die Kinder haben, an der Stelle sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, so jetzt müssen wir gleich meinen Startplan einrichten. Also das ist schon so eine kritische Phase, womit einmal das Geld sehr schnell aus der Tasche fließt. Umgekehrt ist es so, dass diese Phase ja auch nicht ewig anhält. Und wenn man dann einmal einen Kinderwagen hat, dann reicht der auch für vier Kinder. Aber das ist so eine Phase, wo ich denke, da muss man aufpassen, dass man das Investieren nicht vergisst. Du schreibst ja in deinem Buch auch davon, dass zum Beispiel 10 Euro auch ein guter Start für so ein Kinderdepot wären. Da wäre auch die Frage so ein bisschen an dich. Wie helfe ich meinen Kindern denn ganz konkret dabei, selbst an der Börse zu starten? Also tatsächlich habe ich das bei meinen Söhnen so gemacht, dass wir, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst entweder für die Kinder selbst ein Depot einrichten. Also da ist im Moment, das ändert sich auch immer alles wieder. Da macht die ING-DiBa sehr gute Angebote. Du kannst aber auch tatsächlich einfach einen Sparplan auf deinem Depot für sie einrichten. Das hat beides Vor- und Nachteile. Prinzipiell finde ich, ist es sauberer, ein eigenes Depot für die Kinder zu haben, auf das sie dann, wenn sie 18 sind, allerdings auch zugreifen können, als ein Unterdepot zu haben. Jetzt muss ich für mich sagen, mit diesen vier Kindern und Jobs habe ich das tatsächlich am Anfang auch so gelöst, dass jedes meiner Kinder einen Sparplan in meinem Depot hat, weil es einfach schneller ging. Also das finde ich jetzt auch, also bevor man nichts macht, sage ich mir immer lieber die zweitbeste Lösung suchen. Und man muss ja auch sagen, es wird immer einfacher, diese Geschichten zu eröffnen und so. Also, dass man erstmal ein Depot entweder auf sein oder den Namen der Kinder eröffnet und dass man dann gemeinsam nach dem Sparplan guckt. Und da habe ich dann meine Kinder wirklich an die Hand genommen und ihnen erstmal erklärt, was ist der MSCI World. Ich finde, das Produkt hat auch Nachteile, aber es ist auch eine gute Einstiegsdroge. Und habe ihnen erklärt, dass da 1400 Unternehmen drin sind, dass sie dann auch Anteilseigner dieser Unternehmen sind, worauf mein Sohn dann meinte, ach, dann gehört mir ein Stück von Apple. Und ihnen dann auch, natürlich nicht bei dem Achtjährigen, aber jetzt bei den Älteren dann auch erklärt, worauf sie da achten müssen, wenn wir den jetzt einrichten. Also auf die Kosten, ob er ausschüttend ist oder nicht. Also ob die Dividenden wieder angelegt werden oder nicht. Wie hoch das Volumen ist. Und das haben sie dann schon verstanden. Und dann habe ich ihnen auch erklärt, was die Wertpapier-Kenntnummer ist. Und dann haben wir halt gemeinsam diesen Sparplan eingerichtet. Und wenn man das nicht weiß, dann gibt es ja Gott sei Dank wirklich genügend Informationen wie YouTube-Videos, wo man sich das selbst auch mal aneignen kann. Du hast jetzt gesagt, du hast ja schon super viel mit deinen Kindern da gemacht. Das ist mein Eindruck, der schon super ausgestattet wird im Rest des Lebens. Jetzt ist es natürlich so, jeder von uns hat einen anderen Wissensstand bei dem Thema. Das würdest du denn gerade vielleicht auch Frauen oder Müttern empfehlen oder auch allgemein natürlich Eltern, die vielleicht Angebote wie jetzt Academies, Masterglasses kennen, aber ja kaum Zeit finden. Also hast du da vielleicht so einen Quick-Tipp, wie kann ich mich selbst für meine Kinder finanzfit machen? Tatsächlich lerne ich am schnellsten über YouTube-Videos. Und da kann man ja wahrscheinlich auch schnell ein Video finden, wie lege ich einen Sparplan für meine Kinder an. Und dann hat man das wahrscheinlich in 10, 15 Minuten gelernt. Auch was ich gerade schon gesagt habe, ich würde die Schwelle möglichst niedrig halten. Also wenn es zu viel Aufwand ist, was ich total verstehen kann, neben Job und Kindern jetzt noch ein Depot für jedes meiner Kinder einzurichten, dann würde ich es tatsächlich über mein eigenes Depot machen. Und es ist zwar nicht die beste Lösung, aber gut genug am Anfang. Also sich da jetzt auch nicht unnötig das Leben schwer machen, sondern einfach nach einer pragmatischen Lösung zu suchen. Ich finde da an dem Punkt auch spannend, neben pragmatischen Lösungen ist es ja oft so, wenn wir nochmal auf die Kinder blicken, viele Kinder wollen sich ja was dazu verdienen. Ob jetzt zum Beispiel Zeitung austragen, ganz plakativ, aber es gibt ja mittlerweile tausend Möglichkeiten, auch als junger Mensch so ein bisschen was dazu zu verdienen. Du hast eben auch gesagt, deine Kinder verdienen ja selbst schon, die Älteren, ein bisschen was dazu. Hast du da auch vielleicht einen Erfahrungswert, den du da mit uns teilen kannst? Was wird da in welchem Alter vielleicht ganz konkret wichtig? Wann ich mit Kindern darüber sprechen muss? Wie viel sie verdienen dürfen? Wie viel sie arbeiten dürfen? Also ich fand bei uns, aber wie gesagt, bei mir ist das auch alles Trial und Error, weil das die beiden Ältesten sind, war es tatsächlich so in der zehnten Klasse, wenn die so 15 sind, dass wir übergegangen sind, den Budget zu zahlen, dass sie sich das eben einteilen müssen. Und dann kam der Wunsch zu arbeiten und Geld dazu zu verdienen, ganz schnell von allein, weil es halt nicht gereicht hat. Ich glaube, das fand ich so ein ganz, ganz gutes Alter. Das kann vielleicht auch schon mit 14 sein, das kann vielleicht auch mit 16, also so in der Altersklasse würde ich denken, dass es Sinn macht, über so ein Budget zu rechnen. Tatsächlich finde ich dieses Budget für mich eine große Herausforderung, weil es mich natürlich wahnsinnig nervt, wenn die auf eine Familienfeier gehen und ihre Turnschuhe Löcher haben, weil sie zu sparsam sind, sich neue Turnschuhe zu kaufen. Da muss man dann als Eltern auch sich entspannen und da auch loslassen. Also es ist so, mit diesen ganzen Geldthemen lerne ich auch wahnsinnig viel dazu. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist das Patentrezept. Das sind so Sachen, die haben ganz gut bei uns funktioniert und das muss man auch ein bisschen anpassen. Also manchmal auch loslassen und lieben lassen an dem Punkt. Ja. Ja, gerade auch, du hast das Thema Budgetieren angesprochen und auf beiden Seiten auch das Verständnis dafür irgendwie wecken und akzeptieren, was die Kinder dann vielleicht auch mit dem Geld machen oder mit dem Budget. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist ja nicht immer so, dass mir das alles befassen würde, aber es ist ja ihr Budget, ihr Leben und da muss ich mich jetzt auch dann locker machen. Locker machen, ganz gutes Stichwort. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Tipps zu dem Thema. Und wenn ihr mehr zum Thema Finanzerziehung und Kinder und rund um die Geldanlage für Kinder wissen und erfahren wollt, schaut gerne mal in unseren anderen Podcast-Folgen vorbei. Wir würden uns sehr freuen und bis bald. Wir würden uns sehr freuen und bis bald. Wir würden uns sehr freuen und bis bald.